Herzlich Willkommen bei Wortreich. Ich bin Jojo. Und ich bin Markus. Und bei uns hörst du Themen, die dich in deiner Nachfolge als Christ prägen können. Folge uns gerne auch auf Instagram, YouTube und Spotify, um nichts mehr zu verpassen. Und jetzt viel Freude mit dem heutigen Thema. Ja, herzlich Willkommen zur heutigen Folge. Heute geht es um ein recht ernstes Thema und zwar um die Frage, darf ich als Christ trauern? Naja, das ist eine spannende Frage. Also das Thema Trauer hatte ich jetzt schon häufiger auch mal irgendwie in Sessions mit Jugendlichen oder sowas bearbeitet. Aber bei der Frage jetzt darf ich trauern? Da würde ich dich gleich auch mal nachfragen, wie du darauf gekommen bist oder ob das eben eine Zuschauerfrage ist. Aber ich glaube, bevor wir da so starten, sollten wir vielleicht vorweg schieben, dass wir nicht die Top Experten sind zu dem Thema. Ich habe auch schon manches von Leuten gelesen, einfach die tatsächlich in ihrer eigenen Biografie tatsächlich den Verlust von jemand ganz engen Menschen, also ein Kind oder den Partner oder so erlebt haben. Das ist uns beiden Gott sei Dank erspart geblieben. Also wir reden jetzt deswegen nicht aus der absoluten eigenen Erfahrung heraus, aber ich denke trotzdem ist es ja wichtig, darüber einfach mal zu sprechen. Ja, es ist auf jeden Fall ein Thema, was hilfreich sein kann. Ja, wir sind wieder auf das Thema gekommen. Tatsächlich war ich auch erst mal, wir haben im Team darüber geredet, was für Themen können wir besprechen. Bei mir ist es jetzt gerade sehr, sehr akut so. Mein Großvater ist gestorben und da hat man sich natürlich oder habe ich mich auch gefragt, wie traue ich, wie gehe ich damit um? Vor einem halben Jahr ist die Oma von meiner Frau gestorben und es war auch nochmal eine ganz andere Situation und auch sich als Partner kennenzulernen oder Partner trauert ganz anders als ich. Also insofern ist das erstmal ein Thema, was so gerade aktuell auch ist bei mir. Bei dir glaube ich, ja. Ja, also wir hatten jetzt auch nur gerade über die Ferien waren wir auf einer Beerdigung. Ein Onkel von meiner Frau ist gestorben und da ist uns auch mal wieder nochmal klar geworden, also wenn ein Christ stirbt, ist es eine völlig andere Trauerfeier, als wenn jemand stirbt, wo du eigentlich weißt, dass die Person nicht gläubig war. Ja. Weil natürlich auch bei dem ganzen Thema Trost sieht es da vollkommen anders aus, ja. Oder bei der ganzen Frage, wo ist die Person jetzt, ja. Also das, das verändert sehr, sehr viel. Ja. Ja, insofern ist es ein Thema, was gerade einfach aktuell ist und wo es einfach auch hilfreich ist für uns, recht frisch von den Eindrücken halt reden zu können. Die Frage, darf ich als Christ trauern, war für mich auch erstmal, hey, klar darf ich als Christ trauern. Warum überhaupt die Frage? Und dann hat es bei mir so ein bisschen gerattert und dann, wir haben das nämlich im Team besprochen und die meinen so, hä, klar ist das voll die Frage, weil voll viele Christen sich fragen, ja, der, ne, wenn der, wenn die Person jetzt gläubig war, ja, dann ist die ja im Himmel. Warum soll ich denn trauern oder darf ich überhaupt trauern, wenn es der doch jetzt richtig gut geht oder wenn sie das Ziel erreicht hat? Also das steckt so hinter der Frage, ähm, ich mit meiner, deswegen ich als Christ, ne, darf ich dir überhaupt trauern, obwohl ich doch weiß, es gibt nichts, worüber ich traurig sein sollte oder gibt es das eben doch, ähm, wenn die Person doch direkt bei Jesus ist? Ja, okay. Ja, kann ich verstehen, also, also den Gedanken, aber ich glaube halt, es ist mir auch selten passiert, dass man in dem Sinne für die Person traurig war. Ähm, ich glaube, da ist tatsächlich ein Unterschied, ja, das ist eher etwas, was einem dann Trost gibt, aber ich würde in jedem Fall sagen, du, bei der Trauer ist es sowieso ganz, ganz wenig Entscheidungssache, zumindest am Anfang, also die Trauer kommt als, als Emotion und du kannst sie, du würdest sie wahrscheinlich gerne abschalten, gerade wenn sie sehr schwer ist, aber das geht eben nicht, also die Trauer überwältigt uns und, ähm, die Frage ist dann natürlich in der langfristigen Bearbeitung, wann kannst du Sachen, äh, kognitiv vielleicht verändern, indem du eine andere Haltung oder einen anderen Gedanken da reinbekommst, aber grundsätzlich hätte ich eher gesagt, also die, die Trauer kommt, das kannst du dich nicht für entscheiden und sie ist einfach etwas, was diejenigen, die zurückbleiben, begleitet und teilweise sehr lange, ja. Ja, ich denke, das ist eigentlich ein wichtiger Punkt, ne, äh, es kommt einfach, wie es kommt und wir sollten es jetzt nicht unterdrücken, wir sollten nicht sagen, nee, ich darf nicht trauern, äh, noch, noch umgekehrt, ah, ich muss trauern, äh, genau, das ist nämlich auch eine spannende Frage, wenn es vielleicht nicht viel zu trauern gibt, ja, muss ich trauern, ähm, sondern es kommt halt, wie, wie es kommt, ja, und vielleicht, was, was finden wir dann, vielleicht geht es auch schon zu weit und, äh, du hast noch ein paar Gedanken zu teilen, aber was finden wir denn in der Bibel erstmal dazu, wo, wo es um Trauer geht? Ja. Also, durch das alte Testament hinweg, ähm, gab es ja eigentlich dieses, ähm, die, diese, dieses Trauerritual, dass man, ähm, seine guten Gewänder abgelegt hat, so Sackkleider angelegt hat und sich dann wirklich sprichwörtlich Asche aufs Haupt, äh, geworfen hat, ja, sehen wir so ganz stark eben auch beim Hiob, der das gemacht hat, ähm, das kann man vielleicht, ist sowieso natürlich ein, äh, enorm wichtiges Buch bei dem ganzen Thema Leid und auch Traurigkeit, aber das haben zum Beispiel ja auch, ähm, Könige gemacht, äh, auch zum Beispiel bei der Buße, aber eben auch, ähm, bei Trauer, ja. Ja, also da, da merken wir schon, es gibt ein richtiges Ritual, ja, was durchgeführt wurde, ähm, genau, wie, wie getrauert wurde, auch wie, wie beerdigt wurde, gibt es ja auch unterschiedliche Rituale, wir haben ja mal eine Folge aufgenommen über die Frage, äh, ob ich, äh, Erdbestattung oder Feuerbestattung oder wie, wie sollte man sich bestatten lassen, ähm, und da gab es ja auch ganz unterschiedliche, äh, Kulturen, ne, wie man damit umgegangen ist, ähm, aber zum, zum Thema auch Trauer, und Trost, äh, dachte ich, äh, zum Beispiel an den Isaak, also, vielleicht, ich bin mir nicht sicher, ob es die erste Stelle ist in der Bibel, äh, im ersten Buch Mose, wo es um Trauer geht, äh, aber doch eine sehr, sehr prägnante, und zwar stirbt die Mutter von Isaak, und, äh, der, der Isaak soll jetzt eine Frau bekommen, und das, darum geht es in Kapitel 24, ein sehr wertvolles Kapitel zum Thema Frauen- oder Partnerschaftssuche allgemein, ähm, und am Ende hat der Isaak die, die Rebekah gefunden, und da heißt es, ähm, und er nahm die Rebekah, und sie wurde seine Frau, und er gewann sie lieb, so wurde Isaak getröstet nach dem Tod seiner Mutter. Vers 67 war das. Also hier haben wir den Isaak, ja, der, der getraut hat um seine Frau, äh, um seine, seine Mutter. Und, und dann kommt die, die Frau und, und einfach diese, diese neue Verbindung tröstet ihn. Äh, also schon mal ein Hinweis darauf auch, dass Trost auch was mit Mitmenschen zu tun hat. Ja, stimmt. Also, Beziehung und, äh, Liebe zu jemand anderem kann einen darüber hinweg trösten, ja, das stimmt. Ja, also ich glaube, ähm, ich hab noch eine Bibelstelle jetzt aus dem Neuen Testament, die springt jetzt aber ganz weit nach hinten letztlich, äh, in die Offenbarung hinein. Ähm, und zwar bei der Frage eben, was gibt mir Trost, ähm, aber eben auch, um, ähm, um zu sagen, auch hier auf der Erde gehört es eben noch dazu, zu, zu trauern. Ähm, als Johannes dann sieht, wie wird es eines Tages im neuen Jerusalem sein, also im Himmel, ähm, da lesen wir in Offenbarung 21, Abvers 4, äh, jede Träne wird er von ihren Augen wischen, es wird keinen Tod mehr geben und auch keine Traurigkeit, keine Klage, kein Schmerz, was früher war, ist für immer vorbei. Und das heißt auch diese, ähm, ähm, die Verbindung hier zwischen Tod und keine Traurigkeit, ja, keine Klage, kein Schmerz, also die ist ganz eng verbunden. Deswegen, ähm, glaube ich auch, also wir jetzt nicht schon die Beantwortung der Frage des ganzen Podcasts hier sehen, aber ich glaube schon, dass die Bibel davon ausgeht, ähm, dass Tod und Traurigkeit einfach zusammengehören. Und Tod gehört halt einfach zu diesem Leben hier auf dieser Erde dazu, ja, wir alle leben 70, 80, 90 Jahre und, ähm, dann ist Tod Teil unseres Lebens. Und Traurigkeit gehört eben auch dazu für diejenigen, die dann zurückbleiben, ob das jetzt Partner sind, ob es Kinder sind, ob es Freunde sind, ähm, einfach weil der Tod etwas ist, was, wo wir jetzt, wo wir jetzt auch sagen, ja, es ist, es ist zwar in dem Sinne nichts ganz Endgültiges, wir denken, dass das, aber wir glauben, dass das Leben nach dem Tod weitergeht, aber es ist doch, es hat eine gewisse Endgültigkeit, weil halt dieser Mensch aufhört für mich in dem Moment zugänglich zu sein. Also ich kann ihn weder hören noch sehen noch anfassen, also er ist dann tatsächlich irgendwann weg. Und das löst einfach eine Leere aus in mir und die wird mit Trauer gefüllt. Wenn man so sieht, könnte man fast sagen, die Trauer ist im Prinzip die Fortsetzung der Liebe, die vorher da war. Also die bleibt vielleicht, aber sie ändert sich halt und die Trauer über den Menschen ja, ist so ein bisschen die Fortsetzung davon, ja. Ich denke ja auch noch weiterhin an den Menschen, aber jetzt eben mit einer gewissen Traurigkeit, weil die Person nicht mehr da ist. Ich finde auch spannend, dass Trauer ja immer was mit, eben mit den Hinterbliebenen zu tun hat. Ganz oft redet man ja so davon, ah ja, das hätte die Person auch gewollt, ja, dass wir das und das weitermachen oder dass wir das und das so machen. Das hätte die Person auch gewollt, wir wollen es irgendwie der Person noch recht machen im Nachhinein, aber eigentlich hat ja Trauer etwas mit mir zu tun. Also wie kann ich trauern, dass ich Abschied nehmen, weil dem Menschen ist das egal, ja, also der ist jetzt im Jenseits, wie man so sagen würde. Dazu haben wir auch ganz am Anfang mal von diesem Podcast eine Folge gemacht, ja, was passiert direkt nach dem Tod, wo befinde ich mich und genau, für den Menschen, der hat da keinen Zugang zu der Verstorbenen ist, aber es ist natürlich für die Hinterbliebenen eine Frage und vielmehr muss man sich die Frage stellen, was hilft uns, ja, wie wir die Beerdigung gestalten, wie wir trauern, was hilft uns so in dem Umgang damit? Ja, also ich glaube, das, was uns tatsächlich hilft, ist, du hast es eben schon gesagt, Gemeinschaft mit anderen, die letztlich auch trauern, sicherlich unterschiedlich wahrscheinlich auch trauern, aber sich dessen bewusst zu machen, man ist, man hat diesen Menschen da nicht mehr, der von einem gegangen ist, aber es sind noch andere Menschen da, ja, das kann halt helfen, dass man sich auch in der Trauer nicht alleine weiß und natürlich ist auch Gott da, der das, der das weiß, also, und das auch genau mitfühlt, ich denke da besonders eben an Jesus, der tatsächlich geweint hat, als er realisiert hat vielleicht oder auch gehört hat, dass sein Freund Lazarus gestorben ist, also, ich glaube, das ist der kürzeste Vers der Bibel, ich habe ihn gerade auch aufgeschlagen in Johannes Kapitel 11, also der Freund von Jesus, Lazarus, ist gestorben und dann heißt es Kapitel 11, Vers 35, Jesus weinte, da sagten die Juden, seht, wie hatte er ihn so lieb, etliche von ihnen aber sprachen, konnte der, welcher dem Blinden die Augen geöffnet hat, nicht dafür sorgen, dass auch dieser nicht gestorben wäre, also eine Frage, die sie sich gestellt haben, aber irgendwie auch irgendwie zum sehr deplatzierten Zeitpunkt, Jesus nun, indem er wieder bei sich selbst seufzte, kam zum Grab, es war aber eine Höhle und ein Stein lag darauf, Jesus spricht, heb den Stein weg, Martha, die Schwester des Versporbenen, spricht zu ihm, Herr, er riecht schon, denn er ist schon vier Tage hier, Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen, da hoben sie den Stein weg, wo der Verstorbenen lag, Jesus aber hob die Augen in Poren und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast, ich aber weiß, dass du mich alleine, alle Zeit erhörst, also er betet in dieser Situation und sagt dann, Lazarus, komm heraus, Lazarus wird erweckt, Lazarus kommt zum Leben und gleichzeitig, obwohl Jesus weiß, er hat diese Macht, sowohl vor dem Tod, als auch nach dem Tod, er weint und das ist doch bemerkenswert, obwohl er weiß, der wird gleich zum Leben erweckt, wenn er weint, was denkst du, warum weinte Jesus? Ich weiß, das ist echt spannend, aber ich glaube tatsächlich, dass Jesus war ja auch voll und ganz Mensch und auch wenn er natürlich weiß, sein Vater hat die Macht, ihn zum Leben zu erwecken und er wird es auch gleich tun, macht das, glaube ich, einfach was mit ihm. Also, wenn wir merken, jemand ist gestorben, dann hat er damit irgendeine Grenze halt überschritten, die eigentlich in der Regel und nicht wieder rückgängig gemacht werden kann. Also jetzt außer eben bei Lazarus hier, ja. Und das löst was bei uns aus. Vielleicht denken wir in dem Moment auch an unsere eigene Sterblichkeit, ich weiß es nicht, oder wir denken, also wir sind vielleicht auch extrem egoistisch und sagen, für mich ist die Person jetzt weg, aber es ist eigentlich immer zuerst Traurigkeit, tiefe Traurigkeit, ja. Und Jesus hat das miterlebt. Ja. Also er war auch voll und ganz menschlich. Ich glaube auch, dass er das wahrscheinlich in dem Sinne nicht steuern konnte, sondern das ist so mit ihm passiert. Einfach eine Emotion, die hochkommt, wo er nicht sagt, ah, ich weine jetzt mal vor den Leuten, sondern wirklich aus Herzen heraus weinte er in diesem Moment. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er über diesen Zustand überhaupt weint. Es war ja von Anfang an nie geplant, soll ich, also, dass die Menschen sterben. Ja, also, das war ja von Anfang an nicht der Plan Gottes, dass die Menschen in Sünde verfallen, auch wenn Gott das natürlich von Anfang an wusste, aber es war nicht sein Wille. Sein Wille war, dass die Menschen nicht von dem Baum essen und in Sünde fallen. Aber hier passiert das eben und ich kann mir vorstellen, dass Jesus da einfach auch merkt, so dieser Schmerz, dass diese Schöpfung zerbrochen ist, was man ja als allererstes einfach auch am Tod gemerkt hat in der Schöpfung. Ja, genau, das stimmt. Also, das ist ja Römer 3,23, die Sünde gebiert den Tod. Das ist einfach auch eine Folge und trotzdem ist es ja so, dass so diese ganz weit hochtrabenden Gedanken dir gerade nicht kommen beim Tod, sondern du bist, du wirst wieder ganz, also, ganz simpel, ja, in dem Moment, du denkst nicht, denn dann könnten dir ja vielleicht auch ganz gute Gedanken kommen, wie, ah, Gott sei Dank, die Qualen dieser Person hören jetzt auf, wenn sie zum Beispiel krank waren oder sie ist jetzt bei Jesus oder das hat vielleicht auch so einen guten Sinn oder keine Ahnung, all das ist in dem Moment weg und ich weine, weil ich vielleicht traurig bin oder so genau. Ja, und das tatsächlich jetzt erlebt, eben mit der Oma von meiner Frau, die vor ihrem Sterben sehr starke Schmerzen hatte und ich habe das so noch nie erlebt, das hat mich sehr, sehr mitgenommen, weil es eben sehr intensiv war, eine Person wirklich in diesem Todeskampf zu erleben. Unser Pastor hat letztens mal gesagt, ich habe keine Angst vor dem Tod, aber manchmal vor dem Sterben und seitdem verstehe ich das, weil die Person wirklich sehr, sehr gelitten hat und da war das in dem Moment wirklich eine Erlösung und alle waren erleichtert und das ist jetzt vorbei für die Person, und sie hat Frieden, sie hat Ruhe und trotzdem natürlich stehst du da und weinst und bist bewegt von der Situation. Ja, interessanterweise auch übrigens bei der Geburt, da müsstest du eigentlich auch dich nur freuen und jubeln, aber ist tatsächlich so, da wirst du, also gegen mir so, auch in dem Moment, wo du siehst, dass dein Kind geboren ist, weinst du auch, bist du auch zu Tränen gerührt, also weil es tatsächlich so unheimlich, also elementar wirklich an die Substanz geht, das ist irgendwie Beginn und Ende des Lebens, vielleicht ist das wirklich was, was wir nicht begreifen können, weil es über unseren Verstand hinaus geht, ja. Ich habe noch einen Vers mitgebracht aus dem Römerbrief, Kapitel 12, Vers 15 und da heißt es, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit dem Weinenden. Sehr gut. Und das sind eben auch viele Verse, wo wir merken, die Bibel, die ist nicht fern vom Menschen und nimmt das Thema Trauer überhaupt nicht mit rein und man hört darüber gar nichts, sondern ganz im Gegenteil, es wird sogar gesagt, wein mit dem Weinenden, also fühlt mit, habt mitgefühlt, seid für die Leute da, wir sollen, also wahrscheinlich dieses Wort, ich bin mir nicht sicher, welches da gerade gebraucht wird, ich habe es nicht nachgeschaut, aber es gibt ein Wort im griechischen Klario, das heißt weinen, klagen, also da hast du beides ineinander, ja, wenn dieses Wort hier gebraucht wird, vielleicht, hätte ich nachschauen können, dann merkt man, hey, wir sollen sogar trauern, ja, also es geht darum, nicht das alles weg, von sich zu schieben, zu denken, ey, wir sind Christen, super im Himmel, alles toll, sondern wirklich dem Raum zu geben, abzuschließen auch mit dem Trauerprozess. Also ich glaube auch, dass die Bibel, Gott sei Dank, voll ist von Rat und auch Hilfe für Trauernde und die allererste ist eben tatsächlich, wie du gerade gesagt hast, die Trauer hat ihren Platz und darf sein und sollte man auch ganz bewusst zulassen. Ich glaube, es ist viel mehr Schaden oder auch der Trauerprozess wird wahrscheinlich sehr verlangsamt, wenn man gesagt bekommt, man solle nicht trauern oder man dürfe jetzt vielleicht sogar nicht trauern. Also ich glaube, das ist sehr schädlich, weil, also irgendwas ist passiert und ich, und Gott sei Dank eben ist die Bibel tatsächlich voller Geschichten, ja, gerade die Psalmen sind ja auch in tiefster Emotionalität häufig geschrieben. David war ja auch so ein emotionaler Typ, der glaube ich auch vieles miterlebt hat, so die Geschichten von Jesus selbst bis hin zu seiner Leidenszeit, ja, also auch das Leiden, der Prozess davor, das Sterben ist etwas, was wir, wo wir in der Bibel sehr viel von lesen und ich denke, das Besondere eben, gerade bei der Frage, wie es ist eben, wie Christen trauern können, ja, nicht sollen, sondern können ist, dass wir aber eben diese Komponente haben, dass wir wissen, dass der Tod eben nicht in dem Moment besiegelt ist, in dem Moment, wo die Person gestorben ist, ja, es ist etwas besiegelt, es ist etwas zu Ende gegangen, nämlich, dass ich die Person hier live erlebe, aber das bedeutet auch nur, solange ich eben noch auf dieser Seite vom Vorhang bin, also der große Unterschied für uns ist doch, wenn wir tatsächlich an das ewige Leben glauben und Jesus kennen, dann wissen wir, dass das nicht das Ende war, ja. Ja, und das hat viel damit zu tun, wenn eine Person stirbt, dann merken wir, dann kommen wir wirklich an diesen Punkt, wo wir auch merken, hey, das Leben ist so zerbrechlich eigentlich, also irgendwie, und alles, was vorher so wichtig war, wird auf einmal so klein und alles wird so echt und gerade wir, die wir auch in so einer, ja, in einer Medienwelt leben, wo du total viel in der virtuellen Welt verbringst, also ich meine jetzt nicht nur beim Zocken, sondern halt, wenn du Nachrichten liest oder mit dem Handy schreibst und so, ist ja alles virtuell und auf einmal kommst du in diese knallharte Realität hinein und Tod ist ja auch für unsere Gesellschaft kein Thema mehr, also du versuchst, das irgendwie so an den Rand zu drängen, du siehst es nicht, das war natürlich, oder ist in anderen Kulturen oder auch in Deutschland zu anderen Zeiten natürlich viel, viel präsenter und dann, glaube ich, schätzt du auch das Leben mehr oder du merkst halt selbst, das sind so, letztendlich sind so solche Momente, heilige Momente und Chancen, dass ich auch was in meinem Leben wieder überdenken kann und ändern kann, ja, bei der Frage, was bleibt zum Beispiel, wenn ich sterbe. Ja, und wir haben es jetzt auch gerade gemerkt, bei einer Beerdigung einfach wieder, die war Anfang letzten Jahres, von einer guten älteren Mitarbeiterin, die eindeutig Christin war, es war eine riesengroße Menge da, dass eben der Pastor das tatsächlich genutzt hat, um Menschen auch was von Jesus zu sagen, also evangelistisch in dem Sinne gepredigt hat, weil er ganz klar sagen konnte, wo die Person jetzt ist und dass es auch daran liegt, dass sie im Leben eine Entscheidung mit Jesus festgemacht hat und dass das etwas ist, was für uns, die wir jetzt zurückgeblieben sind, letztlich ansteht, wo wir uns prüfen können, ob wir das sicher gemacht haben oder nicht. Also das muss ich auch immer sagen, es gibt so krasse Gelegenheiten, mit Menschen über die Ewigkeit zu reden und auch über Gott zu reden, wie kaum sonst bei Todesfällen oder bei Trauerfeiern. Und das passiert natürlich leider nicht immer. Es ist nicht immer ein Pastor, der redet. Manchmal kommt auch eine falsche Botschaft drüber, so nach dem Motto, jeder, der gestorben ist, wunderbar, er ist jetzt in der Ruhe, ihm geht es jetzt gut, er ist bei Gott, aber das wissen wir manchmal gar nicht oder wir wissen, dass es wahrscheinlich sogar nicht so ist. Das finde ich dann auch sehr herausfordernd. Aber es bietet tatsächlich die Chance, Menschen was über die, also mit ihnen ins Gespräch zu kommen, wo sie die Ewigkeit verbringen werden. Ja, und das ist eine Frage, die man sich selbst wirklich stellen kann. Ja, was würde ich mal anders machen? Und wo ich denke, da ist auch ein Unterschied zwischen christlichen und nicht christlichen Trauerfeiern, weil du einfach bei christlichen, ja, du hast Hoffnung drin, aber du darfst halt trauern dabei, aber du hast erstmal diese Hoffnung. Ja, also bei christlichen musst du sagen, wenn der Verstorbene, wir wissen, dass er wahrscheinlich gläubig war. Genau, wenn er gläubig war, dann merkt man das, wie plötzlich eine Hoffnung durchstrahlt, was einfach wunderschön ist, wo auch das Evangelium selbst wieder wirklich in einem Glanz erscheint. Tod, wo ist dein Stachel? Also, ja, wir sterben, aber der Tod, der Tag hat keinen Stachel mehr. Das tut uns nicht mehr weh, weil wir wissen, wir sind gerettet. Ja, Jesus hat uns, hat für uns bezahlt. Er ist anstelle von uns gestorben und er ist auch wieder auferstanden. Er hat den Tod besiegt und aus dem Grund dürfen wir auch dem Tod entgegentreten. Wir müssen keine Angst vor dem Tod haben und da scheint einfach diese ganze pure Hoffnung auf das Evangelium so hell da drin. Und trotzdem muss man halt auch sagen, es gibt eben genügend Konstellationen, wo zum Beispiel auch junge Menschen gestorben sind oder jetzt durch einen Unfall irgendwie die Mutter von Kindern gestorben ist. Ja, und du weißt ganz genau, das würde selbst mir, wenn ich da irgendwie Trauerredner fähre, wäre total schwerfallen, sage ich mal, positiv darüber zu reden. Eine andere Trauerfeier, worüber wir ja auch einen Podcast hatten, war eben, als der Philipp Meckenbecker gestorben ist, das tatsächlich in dem Sinne ein Fest war, wo Menschen zusammengekommen sind und bewusst auch gefeiert haben, dass Jesus jetzt der Sieger des Lebens ist und auch des Todes. aber du hast eben auch in Gemeinden Unglücksfälle, wo eben, wie so ein Fall, jemand Junge stirbt, vielleicht gerade frisch verheiratet oder Mutter oder Vater von kleinen Kindern, da fehlen dir wirklich die Worte und es ist auch echt schwer da drin, sage ich mal, einen Sinn oder eine Hoffnung drin zu sehen, weil ja, okay, die Person ist jetzt vielleicht im Himmel, aber wir wissen auch, was damit einhergeht für die, die zurückbleiben. und das finde ich, also das ist einfach ein Prüfstein im Glauben von jedem Beteiligten, also manchmal selbst für ein normales Gemeindemitglied, der das miterleben muss, aber noch viel krasser dann eben für die Beteiligten, die engsten Angehörigen, wie geht man damit um und ich glaube, das ist einfach etwas, was den Glauben ganz stark nochmal auf eine Probe stellt und einfach eine Spannung ist, auch in der eigenen Beziehung zu Jesus dann. Was auch sein darf und wo wir mit dem Psalm auch anklagen oder Fragen stellen dürfen zumindest, ja, anklagen ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber wo wir Gott auf Fragen stellen können, klagen dürfen, Gott, warum? Ja, das sind ehrliche Fragen, die hat David gestellt in dem Psalm und die anderen Psalmisten auch und ehrlich sein. Sein Kind ist ja gestorben aufgrund seiner eigenen Schuld, muss man sich auch mal vorstellen, ja. Also er ist auch durch krasses Leid gegangen und wir dürfen ehrlich zu Gott kommen mit unseren Gefühlen und ich habe mal was mitgebracht und zwar die, fünf Phasen der Trauer, die ich spannend finde. Ich weiß nicht, ob jede Phase immer zu jedem Zeitpunkt eintreten muss bei den Personen, aber ich merke einfach, ja, wie, bei manchen ist auch diese, diese, diese Phasen sehr viel intensiver und bei manchen halt eben nicht so intensiv, aber die erste Phase ist erstmal Leugnung. Also es kann nicht wahr sein, also man fühlt sich wie im falschen Film, also wir haben das gar nicht verinnerlicht. Zweite Phase, finde ich interessant, Zorn. Das würde ich persönlich, wenn ich in meinen Trauerfall hineinschaue, überhaupt nicht sehen. dann wird hier verhandeln, auch interessant, also wie kann ich das wieder gut machen, was hätte ich vielleicht auch machen sollen, da merke ich so die Fragen, ah, das hätte ich. Bei meinem Opa zum Beispiel dachte ich mir, Mann, ich hätte so gerne einfach nur mehr Geschichten gehört von ihm aus dem Krieg als Kind, wie, ja, die eine oder andere Geschichte hat er mir erzählt, aber ich hätte gern, hatte ich mir auch vorgenommen, ja, und er ist letztendlich vor dem nächsten Treffen, wo ich das fragen wollte, er ist ja halt verstorben, wo ich auch so denke, Mann, was hätte ich noch machen sollen? Genau, Depression, also jetzt nicht die dauerhafte Krankheit, aber Niedergeschlagenheit und dann die Akzeptanz. Okay, das ist so. Ja, das ist ganz spannend und da muss man eben auch sagen, da darf man eben auch nicht richten, Menschen gehen sehr unterschiedlich damit um, hast du ja auch gesagt, das kann sehr emotional sein und braucht manchmal sehr, sehr lange Zeit und andere sind von außen betrachtet wesentlich distanzierter, aber denen darf man auch nicht unbedingt die Trauer dann absprechen, sie gehen da vielleicht scheinbar leichter durch, aber das kann auch ganz tief noch nachwirken. Ja, also bei der Frage jetzt, dürfen Christen trauen oder nicht, würdest du sagen, die Bibel hat da drauf eine Antwort? Also ich würde sagen, die Bibel sagt, wir sollen sogar trauern. Ja. Also wir sollen sogar trauern und wir können auch trauern, weil wir mit Jesus trauern können, weil wir mit ihm gemeinsam in diesen Trauerprozess hineingehen dürfen. Wir stehen nicht alleine da, wir haben ihn an unserer Seite und das, glaube ich, ist ein sehr, sehr starkes Zeugnis. Ja, und ich glaube auch, dass die Trauer an sich wahrscheinlich für uns vielleicht notwendig ist. Also vielleicht brauchen wir sie gerade, um einmal unser Leben selbst zu schätzen, Gottes Gnade im Prinzip darin zu erkennen, dass wir leben, es ist wirklich auch ein Geschenk, und dass wir tatsächlich Sachen überprüfen können, die wir anders machen sollten. Also ein Weckruf kann es für uns sein, die Zeit zu nutzen, die zu lieben, die da sind, anders mit seinem Leben und mit seiner Zeit umzugehen, die man noch hat, Menschen zu erzählen von Jesus, die es jetzt noch nicht wissen, und eben auch einfach immer wieder so vor Augen geführt zu bekommen. Also wir sind nicht Gott, wir sind nicht ewig hier auf dieser Erde. Ja. Vielleicht aber auch in gewisser Hinsicht, um Freude zu machen, irgendwie auf das Leben danach. Also ich habe schon von ganz vielen alten Leuten gehört, die gesagt haben, also sie freuen sich vielleicht nicht aufs Sterben, aber sie freuen sich eigentlich da drauf, mit Jesus bei zu sein und auf den Tod. Also die fast schon so sagen, ach Gott, hat mich hier ja vergessen, so nach dem Motto, wann geht es denn jetzt endlich los? Also es hört sich magraber an, aber das habe ich schon von vielen alten gehört, die sich tatsächlich darauf freuen. Gerade wenn sie auch jetzt ihren Partner schon haben vorher selbst begraben müssen. und auch das verändert was mit mir als jungen Menschen, für denen das gefühlt jetzt erstmal eine Katastrophe oder so wäre, weil du denkst, ich habe ja noch so viel zu tun, dass sich das ganz schnell verändert, weil die Zeit geht ja rasend schnell. Auch da wird sich vielleicht meine Haltung gegenüber dem Tod und damit auch irgendwo dann dem, was damit einhergeht, nämlich der Trauer, vielleicht noch verändern. Ja, jetzt haben wir viel drüber geredet. Wir, also wie wir trauern, aber vielleicht so zum Schluss auch, auch andere in unserem Umfeld, die Trauern auch im Blick zu haben. Auch das macht es sehr schwierig, weil ja jeder ja anders trauert, aber zumindest mal nachzufragen, auch irgendwie zu signalisieren, hey, ich wäre bereit, ich wäre für dich da. Vielleicht bist du auch, also ist die trauernde Person auch nicht bereit zu sagen, hey, können wir uns treffen? Vielleicht wäre es besser, wenn jemand kommt und sagt, hey, willst du dich treffen oder so? Aber immer der Person auch Freiraum zu lassen, zum Reden, genau. Ja, ich glaube nämlich aus Scham oder eigener Unerfahrenheit meiden wir dann manchmal die Person oder ziehen uns zurück. Aber ich glaube, das ist auch nicht gut. Nee, gar nicht. Da muss man sich nicht aufdrängen und die ganze Zeit nerven oder so. Aber ich meine, die Person kann immer noch sagen, nee, aber du kannst sie einfach einladen oder so. Hey, wir treffen uns da, hast du Lust zu kommen? Auch wenn du weißt, die Person hat jetzt vielleicht gerade letzte Woche erst jemand verloren. Dass wir sie ganz bewusst mit reinnehmen und nicht dann Bogen drum machen, nur weil uns das Thema Trauer vielleicht schwer ist. Ja. Also abschließend, darf ich als Christ trauern? Ja, unbedingt. Ja, du kannst es sogar und solltest davon Gebrauch machen, aber es wird sowieso über dich kommen. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020